Ha! Zeig dich! Wieder Autos? Ja sicher. Damit fahren wir jetzt. Schau, lass mich rein. Mein Chauffeur. Unsere Geraden. Das Auto. Dads Auto. Mein Auto. Ganz so lange gehört ihre Sohne. Nein, aber jetzt. Nein. Aber im Video. So wie der Dekomox. Ja genau. Kommt dein Auto? Nöööö. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ja ja. Das ist gut. Ich hab's nicht verstanden. Was heißt denn was? Vielleicht ein Horrorfilm oder was hast du Lust? Nein, nein, nein. Ich fahre alles offen. Oh! Hör mal, ich gucke das bei Cousine. Hä? Das ist meine Cousine. Ja und? Was? Ja und? Hallo? Das heißt jetzt nicht, dass wir sich gleich gemeinsam in den Fahnen reinziehen können. Das war's dann auch. Wenn man bedenkt, dass früher Cousine und Cousins verheiratet worden sind. Schrecklich, gell? Nach so einer Stadt von Springfield. Hä? Nach so einer Stadt von Springfield. Nicht bei den Zinsen, das ist ernsthaft. Ja, ich weiß nicht. Wir können uns ausleihen, Stolz und Tor anzahlen. Wir nähern uns der Bibliothek. Das ist wirklich so. Wow! Juuuuh! Hä? Nein, das ist der tolle Alkoholische Film. Uh, ekelhaft, den kenn ich. Ähm! Den habe ich schon mal gesehen. Ja. 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 Ja.